der ansage mittag jo also der manny bekommt hier zwei euro wenn er hier diese schöne habanero ist ok rein und bis läge mhm aber geht halt sich noch in Grenzen geht mal oder? mhm kann ja vielleicht sagen, dass ich gekaut habe oder nicht ne, lass mal lieber und? hält sich noch in Grenzen aber es kommt leicht es kommt leicht es kommt es kommt richtiger Chili Head das sind die Teile aus Barcelona von Ibiza jetzt kommt es warte warte nicht zum Milch greifen nee zum Alkohol zum Jim Beam Cola jetzt hört es auf zu brennen jetzt hört es auf zu brennen brennen kommts leicht kommts leicht denkst du halt zu schwitzen jetzt Milch ja, Milch Milch löscht löscht den Brand und? hat es sich gelohnt für 2€ Jetzt war das Brennschreiß noch mal. Oha! Du hast noch gesagt, lass mal die Milch lieber oben. Aber der beste. Milch besser? Milch Baster, Alter. Ah, das Brennschreiß, Alter. Heut da jemand? Da wein ich. Sensationell. Manni, gut gemacht. Schlimmer kannst du ja nicht mehr werden. War drauf. Ah, Respekt Allah, nicht schlecht. Ah, Respekt Allah, nicht schlecht. Das Brennend. Danke. Das Brennend.